Wir hörten schon, dass du am Marsch bist. Oh, du hast aber sehr gute Ohren. Sehr schön. Mach holo. Ist mir jetzt ziemlich scheißegal. Weil ich hab ja Mänder mit Rasierblatt und dann... Ja, das zerschnippelt dir erstmal ordentlich die Visage. Und zwar genauso. Noch ein Mach holo. Ja. Ja, DJ ist vorhin auch schon geschafft. Mach holo Level 21. Und da war DJ selber erst noch auf Level 27. Also, kein Problem. Was? Verloren? Wow, Blitzmerker. So, hier ist ein Item und zwar... Thamsing. Hier gibt es wirklich viel zu viele Items. Was ist denn hier hinten so schönes? Nichts. Und davon sehr viel. Ich will doch mal hier gucken. Warte. Ach, ein Item. Ein Sonderbombon. Ach. Ich hol das hier einfach das ganze Zeug hier vor. Das ganze überflüssige Zeug, was niemand sehen will. Hallo, du da. Halt sie dich aus Team Rockets Angelegenheiten. Raus. Aber nein, das kann ich leider nicht. Mir spricht nämlich der Entdecker dran. Ich will... Ich will alles entdecken. Ich will wissen, was ihr hier macht. Fuchs-O-Beep ist mir ziemlich scheißegal. Und... Radikal. Also, Amanda ruckt hier gerade sehr gut durch. Ich könnte ja ein Amanda-Only-One machen. Aber nein. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt schon viel zu viele Pokémon-Projekte geplant. Viel zu viel. Enby. Gegen einen Psycho-Pokon will ich einen Mander nicht unbedingt draußen lassen. Aussetzer? Ha, 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 ha. Aussetzer für den Arsch, Mann. Ja, es ist mir egal. Ach, Kratzer wurden blockiert. Es wird nicht die letzte... Nicht die Attacke, die als nächstes eingesetzt wurde. Es wird blockiert. Ach. Uff, ich bin am Boden. Ja, bist du. Sieht aus. Langsam muss ich aber mal wieder ans Pokémon-Center. Nicht unbedingt wegen den KP, sondern wegen... ...den AP. Obwohl... Sieht auch gut aus. So, guck mal hier oben. Hallo, Luda. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Okay, ich will trotzdem aber kämpfen. Einfach... ...just for the rules. Smogon. Wow, ihr habt alle sehr... ...eine sehr große Auswahl an Pokémon. Das ist unglaublich. So viele habe ich nicht. Oh, ich sitze hier gerade irgendwie extrem ungemütlich. Keine Ahnung. Ich könnte auch im Stehen, let's playen. Aber dazu bin ich... ...dazu bin ich wiederum zu faul. ...dauer Blitz. Also... ...Pikachu-Üssen ist ein nicht sehr starkes Pokémon, aber das kann es gut. Oh nein. Oh nein. Oh doch. Danke. Was gibt's hier? Wir malen TMs. TMs. TMs everywhere. TMs. Und da liegt auch was. Was ist das hier? KW+. Hm, sehr interessant. Ich glaube, ich benutze jetzt mal ein Fluchtzeil. Uuuuut. So. Willkommen in Pokémonzellen. Blablablablablablablablablablablablablablablablablabla. Ja. Danke. So. KP und AP sind wieder aufgefüllt. Mein Hals wird gleich noch schon wieder trocken. Das ist verdammt nervig. Und ich wollte noch mal gucken, was so gut mein ich denn hier eigentlich. Sichler-Pensier-Purigon. Abra-Wolpixor-Knuddel-Luf. Hm. Ich kann mich immer auch nicht entscheiden. Ich neige hier auch gerade zum Purigon. Einfach, weil es cool ist. Aber sich glaube ich auch eine gute Wahl. Hm. Pinsier mag ich persönlich nicht so gerne. Also hier war hier nicht der Lift. Ja. Aber. Doch. Zack. Äh. Sade-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Ach. Was ist sonst immer viel zu lahm. Ein Stockwerk aussuchen. Wo bin ich denn gerade? Fange ich euch mal bei eins an. Düm-düm. Düm-düm. Hallo, du da. Was hast du hier verloren? Das hat mich schon einer von euren Kollegen gefragt. Und dir werde ich genau das gleich sagen wie dem. Ich habe einen Schalter hinter einem Poster gefunden und wollte einfach mal gucken, ob hier unten die Süßigkeiten sind. Was ist denn so schwer daran zu verstehen? Für unsere Süßigkeiten. Smogon. Das ist kein Problem. Mich kotzt es nur gerade irgendwie ein bisschen an, dass ich hier den Pokémon immer wiederhole. Und wiederhole. Und wiederhole. Und wiederhole. Und wiederhole. Ah. Da gehen irgendwann die Kommentare aus. Was ist passiert? Oh, die Tür ist aufgegangen. Ah. Cool. Hier bin ich also. Also gehen wir jetzt in zwei. Yep. Düm-düm. Das ist hier. Dann gehen wir halt in drei. Oder in vier. Dann halt in vier. Düm-düm. Kann ich denn überhaupt in drei oder? Null. Kein Schritt weiter. Ach, ihr schon wieder. Du hast uns am Montag ganz schön gedemütigt. Aber rache süß, du Rotznase. Die hatte ich ja schon fast vergessen. Smogon. Hat immerhin höheres Level als die davor, aber wird trotzdem keine besonders große Herausforderung sein. Auch wenn es Explosionen oder Finale einsetzen sollte, ein Männer hat eine gute Verteidigung. Deswegen habe ich sie auf meine Spitze getan. Und Smogon macht die auch relativ wenig aus. Deckel. Da kommt doch mal unser entwickelter Desmond. Irgendwie zieht der Backsprites irgendwie ein bisschen dümmlich aus. Aber egal. Hauptsache, es ist stark. Und das ist es. Guck, der Tarn. Hundert Tage. Los. So, das war ja kein Problem. So, ein Hohlkopf. Wer, ihr? Die Wocke, so schnell wie aufs Licht. Ja. So schnell können sie abhauen. Hier ist was. Eisen. Kommt da gleich nicht schon in der Kampf gegen Giovanni? Was hat der denn für ein Level? Würde er Level 30 oder so tippen. Den mach ich noch. Komm. Hallo. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rock hat finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss. Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Bin ich mal gespannt. Ich schätze mal, der hat Level 30er Pokémon. Na. 25. Und da denkst du, du hast eine Chance gegen mich? Mega Block. Ist egal, das geht mir nicht auf den Spezialwert. Siehste? Die Vortreffer auch noch. Rihorn. Du machst es im Endeffekt viel zu einfach. Aber jetzt kommen wir jetzt mal an andere Pokémon. Nicht ganz als Smogon. Radikal. Brettern. Obwohl, rettern kann ich jetzt, glaube ich, nur einmal. Äh, Zubat. Smogon Slimer. Und Snobilikat. Sag Hallo zu Desmond. Oh. Dieser Ton. Dieser Ton. Er tut ein bisschen im Ohr weh. Oh, Zeitag. Hat das hier auch schon den Nebeneffekt mit dem Merkohle? Nachrat nicht ganz gereicht. Schade. Schade, schade. Wow. Nicht schlecht. Reicht aber nicht. Es kommt immer dann die Vortreffer, wenn ich sie nicht nötig habe. Hm. Ist egal. Nein. Ich habe kläglich versagt. Ja, das war das. Hatte ja auch schon den Nebeneffekt. Offensichtlich, offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem wirst du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von da ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Luigi. Ja, das ist der Meisterball. Nee, Ziftgruppe. Dann hat doch nicht der Meisterball. Den Meisterball kommen wir halt doch erst später. Okay, Fluchtseil. Weil ich keine Lust habe. Und danke. So. Dann gucke ich mal, was ich denn zur nächsten Arena mit dem Team mache. Ich kann ja. Stimmt, ich kann ja. Mit dem Silvescope. Jetzt im Lavandier-Turm. Ja, im Nebulak-Fan. Theoretisch. Dann machen wir es doch mal. Alter, mit dem Fahrrad. Oh, die Musik ist cool. Ich mag die Musik. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Schon vorbei. Leider. Aber ich mache es einfach nochmal. So. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es trotzdem total langsam ist auf dem Fahrrad. So, gehen wir mal hier rein. Ich bete für Pipi. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Oh. Oh. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Danke. Fugano. Warum hast du mich verlassen? Oh, das finde ich hier gerade total traurig. Ich bin eine Exorcistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Ja, wegen dem Knogger. Geist. Oh, hier ist doch ich gespoinert. Ach, egal. Oh, gegen... Ich habe keine Lust, jetzt gegen dich zu kämpfen. Ich will einfach nur einen Pokémon fangen. Ja, passt schon. Komm schon, gib mir einen Pokémon. Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Dann gibt es hier noch keine Pokémon auf der Ebene. Oh. Aslan hat hier auch ein bisschen Schiss. Ah. Gut. Dann machen wir hier jetzt Pause. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.